ja also also ich wollte ich alles gut also das ding ist ich würde sagen dass du wissen sollst das wirklich die nummer eins in meinem leben ist absolut aber du liebst autos so wie ich autos liebe und das ist mein baby und guck mal so wie er aussieht so mag ich das voll und behalten doch ja das muss ich okay weil das ist nicht von ihnen gewesen den ich im endeffekt nicht mal kannte ich kenne seinen namen nicht so gut alles gut oder sexy da fährt sich auch so gut ich habe gesagt das ist wirklich so gut ja natürlich ich will gerne damit fahren lassen das ist ja wieder schrott ich kann es gar nicht mehr von mir platten hast berg runter ist ja fischer hütchen ich weiß nicht was da stehen soll ich auch nicht aber das ist die hauptsache ist wirklich okay mit dem auto ja schon toll also nummer so hast du überhaupt schon mal richtig angeguckt ich kann das auch kennst du gar nicht weil du es nicht hast aber ich kann das auch vom anderen start das ist voll sexy und das fährt sich gut dass man sehr gut also kommt drauf haben wir dahinter aber also wenn man damit umgehen kann dann fährt sich das gut das mal irgendwo hinfahren ich habe das sogar extra geputzt für dich ja es ist dann langsam aber gar nicht 200 guckt ja weil meiner schon auf 300 sonst mache ich wirklich kaum ein unfall brems 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 ich doch dabei was liegt zum auto langsam aber mir ist die volle gerammt ich hab jetzt schon aufnahme sind sie kommen er muss werden wir jetzt dass meiner schneller ist ich weiß nicht hast du klar zum abschlepphof also wie fährst du alles gut bei der straßenseite ja ich weiß es gesund und ich hab's dir gerade war dann gleich um den baster bei mir nach er gibt doch gar da war bis dahin so schnell übertreibt also entweder schietest du oder der typ hat mich verarscht aber so ein dreier schiff ist da bestimmt nicht drinnen erfährt er nutzt es gibt jetzt nackt oder nee du bist ja nicht drauf eingegangen doch nein du hast mich nicht verarscht du mich nicht aber trotzdem war fährt denn deiner so schnell das ist ja voll unnormal weil ich den schnellsten man das schnellste vanille oder zu tauschen sieben halb million hast aber voll komisch weil deiner langsam ist wie sonst was was noch hier warten ok ok wir fragen mal was andere kostet ok da ist überhaupt sechste finger was geht scheiß drauf guten tag die damen du bist im fungera ja was geht ab man entschuldigung entschuldigung ja warte 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 wer bist du ja wer bist du ich frage dich wer du bist du sag ich mir wenn du bist man schreit der ganze zeit so rum ich bin mir so auf den sack schläge und alles digga halt deine fesse weg mit dir ihr bastarde ja mit dem falsch gefickt ihr bastarde niemand mit mir wenn ich hier stehe aber warum so laut hat deine fresse du hast gar nicht zu sagen geh mir dahinter ein paar bierchen machen ja okay dann geh jetzt auch ich bezahle dich nicht umsonst hier ja ich muss nicht ne ich brauche jetzt das ist nur ja ich brauche eine episode es war so klar dass es auch ist aber und dann komme ich nicht rein ich bin mir wirklich gut ich bin mir sicher ich bin mir sicher Vielen Dank.